Jede Erwähnung des Themas Klima in dem Verdacht steht, eine Anbiederung an den Zeitgeist zu sein. Und ich glaube, dass wir diesen Fehler nicht machen dürfen, denn sonst laufen wir Gefahr, dass in 10, 20, 30 Jahren ein Thema, das noch an Relevanz und an Wichtigkeit und Aktualität zunehmen wird, dass wir dazu nichts mehr zu sagen haben, weil wir plötzlich Angst haben, dass jede Wortmeldung als Anbiederung an den sogenannten Zeitgeist verstanden wird. Es geht nicht darum, dass sich der Liberale nicht unterdrückt fühlt und deswegen sagt, nein, Zeitgeist, pfui. Natürlich muss man sich mit Themen auseinandersetzen, die die Gesellschaft bewegen. Es ist nur die Frage, wie und wie man sich als Liberale dazu positioniert. Also es geht nicht darum zu sagen, der Zeitgeist unterdrückt mich und ich bin deswegen konservativ und lehne es ab. Ich lehne zum Beispiel persönlich Gendern ja auch nicht ab, weil es neu ist oder weil ich konservativ wäre, sondern weil ich Gründe habe dagegen und weil ich finde, dass es uns absolut liberal begründen kann, warum man sich gegen Konformismus und eben Identitätspolitik stellt. Und das hat nichts mit nicht Zeitgeistbeschäftigung zu tun. Ich bin auch der Meinung, dass es heute freiheitsfeindliche Tendenzen gibt. Ich bin der Meinung, dass es auch freiheitsfreundliche Tendenzen gibt, die heute in einer Weise zutage treten wie nie zuvor. Und dann bin ich der Meinung, dass es sozusagen einfach Themen gibt, bei denen man noch nicht so genau weiß, wie sich das entwickelt, ob die eine freiheitsfeindliche oder eher eine freiheitsfreundliche Tendenz nehmen. Und es stimmt, das würde ich auch unterschreiben, dass man als Liberaler genau abklopfen muss, inwieweit ein Thema oder inwieweit eine gewisse Forderung eher der Freiheit zuträglich ist oder der Freiheit abträglich ist oder inwieweit es einfach eine Grundlage ist für weitere Diskussionen. Ich glaube aber, dass es eine freiheitsfreundliche Tendenz ist, dass man in der heutigen Gesellschaft aufgrund seiner Identität weniger diskriminiert wird als vor 20, 30, 40 Jahren. Stichwort sexuelle Identität, Stichwort Hautfarbe. Da gibt es Probleme, aber es ist doch besser geworden in unserer Gesellschaft. Und das zu unterstützen und das positiv zu betonen, das ist, glaube ich, eine Aufgabe für Liberale. Und insofern ist es eine Aufgabe für Liberale, dass Menschen ihrer eigenen Identität nachkommen wollen. Insofern ist die Auseinandersetzung mit Identität nicht per se freiheitsfeindlich oder illiberal, sondern man kann das schon machen. Und das ist die Auseinandersetzung mit der 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 Auseinandersetzung mit der